Hallo und herzlich willkommen bei der Casato74. Wir spielen jetzt weiter. Ich bin klein, denn ich habe versucht, das Ziel nicht zu nehmen. Ich mache jetzt einfach nochmal Safe-Test, damit ich nicht nochmal hier in der Drühe auftauche. Ja, dann geht's wieder leider mit dem Scheiß-Teil hier. Und... Gätschen! Ich bin klein. Ich bin fein. Und ich bin tot. Ja, mit klein funktioniert es besser, weil ich da hoch besser springen kann. Und sterben kann. WTF? Seht ihr? Und bestimmt schaffe ich das auch nicht. Und es ist auch nicht. Alter, was habe ich mit dem Tassen heute? Die Tassen möge mich nicht. F**k. Refress nach oben zu drücken? Okay, verzeiht mir. Ich kann doch nicht alle so viel mit Oma, ich wünsche. Mist. Mist, ich darf nicht so viel Zeit verschwenden. Danke, das war blöd. Und wohl alles, was ich mache, ist blöd. Ich glaube, in diesem Let's Play werde ich freuen. Ich glaube, in diesem Let's Play werde ich freuen. Stay. Hi. Vergessen. Spinjubzummon und Savestest mal. Mario. Kann ich nicht da... Festhalten! Oder... Endlich mal richtig... Stim-. Äh.. Jumpen. Jimpen. Ich hab ein neues Motto. Jimpen. Komm, ihr Chimpen, mal hier rüber! Ups, das war so früh. Nein, wieso gehe ich nicht rüber? Oh Mist! Ah ja, ähm, ich mach mal kurz Pause. Ihr dürft es live mit erleben. Ich würde meinen Input ein bisschen anders machen. Welches war es aber? A, B, A, B, A, B? Hey, sorry. So, 13. Jetzt geht's weiter. Kann ich jetzt hier auch schneller rennen? Ja, wohl. Das war jetzt offiziell Fallveränderung. Okay, das klappt überhaupt nicht. Ich glaube, damit erreiche ich. Was? WTF? Wieso klappt das nicht? Wieso komme ich nicht rüber? Wieso ist das noch rüber? Wieso? Oh, das war zu früh. Ups. Hier versprich ins Lava rein. Anstatt in die Suppe. Du Suppe. Mist. Wie oft habe ich schon Mist? Mist. Was? Scheiße. Äh, Scheiße. Äh, Kacke. Äh, was auch immer. Verdammt. Na, Minecraft denkt nicht mit! Erb, er ist denk nicht mit. Hilfe! Rettet mein Kopf. Gehirn. Hört sich irgendwie anders an, gehört das auf den Kopf schlagen. Ah ja, jetzt weiß ich, wieso ich den Tast nun geschenkt hab. Wenn jetzt Spinjops droht. Ich habe ein, ich meine, ich kann das, ich kann das auf den Kopf schlagen. Ich bin ganz glücklich, ich bin ganz glücklich. Z första, ich möchte das. Wenn ich die Zonklaue. Tast mir doch nicht. Ich bin ganz glücklich. 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 Ich muss irgendwie das schaffen jetzt. Ich will nicht wieder von einem Fakt. Nein! Ich darf nicht von einem Fakt. Nein! Wieso bin ich gestorben? Wieso sterbe ich doch nicht oben? What the fuck? Was geht denn hier? Hey, wieso sterbe ich? Ach so, an der Hand geschlepp ich, wenn ich weiter weg rutsche. Ich wollte es nur mal testen. Wieso bin ich so weit? Wieso sterbe ich so viel? Ich kann nicht singen. Schlepp Salzpando. Das ist machbar. Ja, ging doch vorhin auch. Wieso sterbe ich in der Ecke in der ganzen Zeit? Mach die Ecke weg bitte. Patch das. Wieso sterbe ich? 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 Ich kann nicht in der Mikrofon rein posten, aber... Aber wer mich darf. Ich bin immer noch dem selben Flakes seit... ...zwanzig Minuten. Ich habe keine Ahnung, wie lange ist es her, dass ich dieses Jahr angefangen bedaufte, oder? Mein Kopf will nicht nachdenken. Wenn es klappt, dann... Ja, ich sei in Standby. Hör auf, in Standby zu sein. Jetzt... Ja, natürlich. Jetzt stirbt er. Hör auf zu sterben. Gehen durch das Wand. Mann! Zählt nicht. Gib's nicht. Mach's nicht. Will's nicht. Hab kein Blutbeut. Blut. Blut. Schock. Ah, meine Augen sind durcheinander. Wo ist vorne? Wo ist hinten? Blut. Es bewegt sich alles so schnell. Hör jetzt wie ich auf die Tassen... ...prall. Mist. Jetzt wäre es wieder gut erwachsen zu sein. Also groß mit dem Pelz. Dann könnte ich einfach dort durchlaufen. Meine Augen. Hör auf. Jetzt noch raus schicken. Und dann sind wir zusammen... Ich höre dir den Tassengeräusch, den ich aus meinem Gamepad mache, Mist, das war blöde. Das war noch blöde. Nein, das ist machbar. Das ist machbar, habe ich gesagt. Niemand hat man ja paar Mal gesehen. Das ist klapp. Wieso jetzt nicht? Gottverdammt, fall schnell runter! Wieso springe ich dort? Wie schnell soll ich noch machen? Haaaa! Meine Hand tut weh. Immer wenn es klappt, mach ich falsch. Alter, spring! Maaann! Wieso läuft der in Luft? Hatte ich keine Schmerz zu drücken, dass ich so stinken will? Hatte ich keine Schmerz zu drücken, oder was? Ich raste gleich hoch! Wieso? 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 Meine Hand tut weh! Okay, wie oft wollt ihr diesen Part noch sehen? Äh, die Szene. Ja. Sorry, nicht zu viel springen. Goddammit! Ich weh! Ich weh! Wenn denn eine Few-Mass-Mass-Mass-Mass. Wir-Mass-Mass! Ob das Tief-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Pack, trocken-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass. Wieso geht das jetzt nicht? Wieso vergang ich jetzt? Lande auf den Schoko-Blog! Friss den Schoko-Blog auf! Meine Augen! Meine Augen! Hör auf zu laden! Wenn ich dir nämlich durch hab, dann mach ich 3 Jahre Pause. Mit Let's Play. Einen kurzen Moment, dann bin ich wieder bei euch. Ich leite sie schon in meinem Gehirn. Denn der ist mir dann irgendwie arschbeschäftigt. Also, ich renne eigentlich gar nicht mehr. Das Ganze wird nach der Wand. Er schiebt mich. Ich kann nicht mehr anhalten. Ich bin ein kleines Schoko-Blog. Ich bin ein kleines Schoko-Blog. Hatsmao. Ach, sonst soll ich mal... ...und dann nochmal springen. Natürlich, Japaner! Ihr wollt doch mich umbringen! Ihr scheiß Asiaten! Ich lebe auch mit Animes und Mangas und Technologie, aber... JA, ihr entwickelt sowas! Ganz ehrlich, ich drück nur noch an Fremden! Aber... Es passiert nichts! Mein Hand tut weh! Einen kurzen Moment, mein... Ich brauche Pause! Ich brauche Pause! Ehhh... Ehhh... Heheheheh! Hehehehe! Tsss Das ist so putterscheiße hier! Der sprung da hinten mit dem Block! Da zählt jede kleine milisekunde! Hüpp! Hier will schon, dass ich nicht mehr auf rennen drücke! Der Wand schiebt mich von selber zu schnell! Was soll ich das machen? Hüpp! 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 Oh, falsche Taste! Ich meine, dass ich das machen sollte... Ich weiß nicht! Hüpp! Ich glaub ich hab's... Ich muss mich schneller runterfallen lassen! Und dann wieder sprengen, du Wufalli! Steh auf! Ah! Mein Onkel! Okay! Nein, ich rastet diesmal nicht aus! Ja! Nein! 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 Mein Lennström wurde zerstört! Ich geh jetzt vollziehen! Ah! Ich hab's! Ich weiß wie das geht! Glaub ich! Nein, noch nicht! Falsches das! Ich hab nichts gesagt! Geräusche nicht mehr! Ich spring' durch! Ich dachte nicht zu hoch springend, das darf ich nicht vergessen! Aber auch nicht so kurz Das war zu langsam Ich spring schneller Ich spring schneller Wie mache ich das? Das ist machbar, hab's gesehen Wenn es machbar ist, dann häng ich so lange dran, bis ich es schaffe Und dann wieder verkaufte Das heißt, ich muss noch vorbereitet sein, wenn es klappt Dann muss ich sofort weiter agieren und nicht aufhören Wie verspringt der Lied? Jetzt drücke ich draußen mal einen auf die Selbstmöfe, geht nicht Oh ja, klar, weil ich noch lange geht bleiben muss Okay, dann Oh, hier, die kleinste Jetzt spring Ah, Leute Wie ist das? 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 Schreibt einfach in den Kommentaren Ich höre einfach mit dem Partner auf weiter auf zu nehmen Und warte auf eure Kommentare, wie ich wirklich 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 Alles zeigen soll Das ist doch einfach mal die gleiche Zielstelle zu dir Und in meinen Augen tut's weh Ich bin immer noch in einem Aufnahmesession Bis zu diesem Punkt. Besser tut mein Hals aber noch weh. Okay, eigentlich gar nicht mehr, was ihm passiert. Meine Augen sind gerade geschlossen. Also, ich schau mal wieder. Ja, Mann! Fuck! Das war doch. Das war's fast. Okay, jetzt steige ich noch auf dem Bildschirm auf einen Punkt. Guck mal, schau mal, ob das wirklich klug ist. Wenn es klappt. Ich habe eine blöde Idee, was ich hier eigentlich plane. Boah, durch den ganzen Schieber, da merke ich das gar nicht mehr. Dann blick ich immer mehr, damit ich was verpasse. Boah, ich muss auch mit den Händen reagieren, damit ich die Tassen drücken kann. Ich muss auch mit den Händen reagieren. Sehen tue ich jetzt. Ach so, vorhin habe ich nichts gesehen. Da spreche ich mich gerade selbst. Spring doch. Scheiß. Hinweise bekommen. Auf, dann. Kann ich eigentlich schon mal unterdreffen? Ja, hör auf damit. Das habe ich doch vorgemacht, wie habe ich das gemacht? Habe ich das vorgemacht? Habe ich das vorgemacht? Ich habe keine Ahnung, was für Tast ich gedrückt habe. Oder wann ich gesprungen bin. Ich will die Level doch noch zu Ende bringen, in diesem Part. Vielleicht mache ich hier Speedlauf. Nicht, ich habe keine Ahnung, was mir doch cortex. Is daskocht? Also, kalau es Das... Bei mir kommt nicht mehr viel raus, weil ich endlich mal diesen... 10 erschaffen will! Na, verdammt nochmal! Paschen, da macht ja LUL noch mehr Spaß zu spielen! Mit dem ganzen Flamers! Fackett! 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 Fackett auf! Ich bin noch schneller, ich spring doch einfach schneller! Du bist doch Indiana Jones! Was suchst du dann in solchen Höllen? Geh doch, nimm mal weg zum Browser! Browser! Was soll ich da machen? Ich blieb jetzt nicht! Oh Mann! So schließlich bin ich jetzt kaputt! Bitte erwartet nichts von mir mehr! Komm schon dann! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Puh! Puh! Ich muss die Wotren! Ich schaffe es nicht machen! Voll daneben! Voll daneben! Bitte, ich darf nicht verkacken! Deutsches Ziel! In dem Rohr drin! Leute! Das ist cool! Ich bin hier nicht vergleichen! Ich habe das Gefühl! Das ist ja jetzt! Ich habe mich einfach verdreutig, ich denke! Ich habe mich einfach! Ich hab's geschnitten! Einfach... NIEW! WTF?! Ha.. 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 Das war der Aushade, ich hab. Das war der Aushade, ich hab. Das war der Aushade, ich hab. Ha.. 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 Ich spüre meine Hände nicht mehr. Oh so, ich spüre nicht mein... Part, wenn ich mal auf die Aufnahmenschrift komme. Meine... Hände... sind... total schwer geworden. Ha.. 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 Pa..